Walter Heinrich Alfred Herrmann von Brauchitsch war ein deutscher Generalfeldmarschall und in der Zeit des Nationalsozialismus von 1938 bis 1941, Oberbefehlshaber des Heeres, Leben, Familie und Herkunft Walter von Brauchitsch entstammte dem alten schlesischen Adelsgeschlecht von Brauchitsch. Er war das sechste von sieben Kindern des späteren preußischen Generals der Kavallerie und Direktors der preußischen Kriegsakademie Bernhard von Brauchitsch und dessen Ehefrau Charlotte Sophie Auguste Bertha, geborene von Gordon. Er war ein Onkel des Rennfahrers Manfred von Brauchitsch und als Schwager von Hans von Heften auch ein Onkel der Widerstandskämpfer Hans Bernd von Heften und Werner von Heften. Seine Schwester Hedwig war eine Oberin des Evangelischen Diakonissen Mutterhauses in Frankenstein. Sein 1935 verstorbener älterer Bruder war Generalmajor Adolf von Brauchitsch. Am 29. Dezember 1910 heiratete er in erster Ehe auf Gutfretzdorf Elisabeth von Karstedt, die Tochter des Achim von Karstedt, Fideikommissär auf Gutfretzdorf und anderen und der Elisabeth von Rohr genannt von Walnürkers. Diese Ehe, der drei Kinder entstammen, wurde am 8. April 1938 in Berlin geschieden. Der ältere Sohn Bernd wurde später Schäfer-Tutant des Oberbefehlshabers der Luftwaffe Hermann Göring. In zweiter Ehe heiratete er am 23. September 1938 in Bad Salzbrunn Charlotte Rüffer, die Tochter des Amtsgerichtsdirektors Georg Rüffer und der Else Wendorf. Diese Ehe blieb kinderlos. Kaiserreich und Erster Weltkrieg Nach seiner Schulausbildung trat Brauchitsch 1895 dem Kadettenchor in Berlin bei und diente als Leibpage der Kaiserin Auguste Victoria. Im März 1900 wurde er als Leutnant in das Charlottenburger Königin Elisabeth-Garde-Grenadier-Regiment Nummer 3 aufgenommen und wechselte im Jahr. Darauf zum dritte Gardefeld-Artillerie-Regiment vom 10. Februar 1903 bis 31. Mai 1903 besucht er den 2. Kurs der Feldartillerie-Schule. Vom 1. bis zum 13. Mai 1905 war er in die Gewehrfabrik Spandau abkommandiert. Vom 5. Februar 1906 bis zum 28. Februar 1909 war er Adjutant des 2. Bataillons seines Regiments. Im Jahr 1909 wurde er inzwischen Oberleutnant vorläufig zum großen Generalstab versetzt, ohne zuvor die Kriegsakademie besucht zu haben, und diente vom 13. April 1909 bis zum 31. März 1912 in seinem Stammregiment als Regimentsadjutant. Anschließend wurde er zum großen Generalstab kommandiert und nach seiner Beförderung zum Hauptmann Anfang 1914 endgültig in diesen versetzt. Im Ersten Weltkrieg war Brauchitsch in verschiedenen Verbänden als Stabsoffizier tätig. Am 2. August 1914 kam er zum Stab des 16. Armeekorps am 17. Oktober 1915 zum Stab der 34. Division. Am 19. März 1917 wurde er dem Generalstab der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz zur besonderen Verwendung zugeteilt und wenig später in den Oberbaustab 7 versetzt. Am 23. August 1917 wurde er zum 1. Generalstabsoffizier der 11. Division ernannt. Ab dem 19. Februar 1918 bekleidete er die gleiche Funktion bei der 1. Gardereservedivision und nach seiner Beförderung zum Major im Juli ab dem 6. August 1918 schließlich beim Gardereservekurs Weimarer Republik. Brauchitsch wurde in die Reichswehr übernommen und zunächst als Generalstabsoffizier im Wehrkreis II eingesetzt, anschließend in der Heeresausbildungsabteilung. Später wurde er Kommandeur einer Abteilung des 6. Artillerieregiments. Am 1. April 1925 wurde Brauchitsch zum Oberstleutnant befördert. Mit dem 1. November 1927 erhielt er seine Ernennung zum Chef des Stabes im Wehrkreis VI in Münster, verbunden mit der Stellung als Chef des Stabes der 6. Division. Am 1. April 1928 wurde Brauchitsch zum Oberst befördert. Im Dezember 1929 wurde er stellvertretender Leiter der Heeresausbildungsabteilung im Truppenamt des Reichswehrministeriums, deren Leitung er Anfang 1930 übernahm. Am 1. Oktober 1931 erfolgte die Beförderung zum Generalmajor. Ein halbes Jahr darauf, am 1. März 1932 wurde Brauchitsch zum Inspekteur der Artillerie ernannt. Zeit des Nationalsozialismus Vor Kriegszeit wenige Tage nach dem Regierungsantritt Hitlers wurde Brauchitsch im Februar 1933 als Nachfolger des neuernannten Reichswehrministers. Werner von Blomberg Befehlshaber im Wehrkreis VI und Kommandeur der 1. Division Im Oktober dieses Jahres erging die Ernennung zum Generalleutnant. Mit der Enttarnung der Verbände wurde Brauchitsch im Juni 1935 kommandierender General des I. Armeekorps und am 20. April 1936 zum General der Artillerie befördert. Am 1. April 1937 wurde Brauchitsch zum Oberbefehlshaber des neu gebildeten Gruppenkommandos IV in Leipzig ernannt. Im Zuge der Blomberg-Fritsch-Krise wurde von Brauchitsch als Kompromisskandidat der verschiedenen Interessengruppen am 4. Februar 1938 zum Nachfolger des Generalobersten von Fritsch als Oberbefehlshaber des Heeres und gleichzeitig selbst zum Generaloberst ernannt. Brauchitsch sagte 1938, dennoch war von Brauchitsch aus Kriegssorgen schon 1938 an Planungen zur sogenannten Septemberverschwörung auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise beteiligt. Zweiter Weltkrieg Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges leitete er gemeinsam mit seinem Stabschef Franz Halder das Heer im Polenfeldzug und im Westfeldzug. Im Vorfeld des Westfeldzuges kam es im Winter 1939, 40. zu einer Verschwörung gegen Hitler. Auslöser war dessen Absicht, Frankreich bereits im November 1939 angreifen zu lassen. Die Spitze der Wehrmacht hielt dieses Vorhaben jedoch für absolut undurchführbar. Brauchitsch und Halder erklärten sich bereit, Hitler zu verhaften, sobald er den Angriffsbefehl geben werde. Als Hitler Brauchitsch abkanzelte und drohte, den Geist von Zossen, dort befand sich der Generalstab, auszurotten, brach Brauchitsch die Verbindung zum Widerstand ab. Nach dem Sieg über Frankreich wurde er am 19. Juli 1940 zum Generalfeldmarschall ernannt. Von Brauchitsch wies den Militärbefehlshaber von Frankreich Otto von Stülpnagel und die nachgeordneten Militärbezirkschefs im November 1940 an, die günstige Gelegenheit zu nutzen und die Arisierung jüdischer Unternehmen im besetzten Frankreich voranzutreiben. Für die Rückschläge der Wehrmacht vor Moskau im Dezember 1941 im Krieg gegen die Sowjetunion machte Hitler die Generäle und das OKH verantwortlich und entschloss sich, zusätzlich zu seiner Eigenschaft als oberster Befehlshaber der Wehrmacht auch den Oberbefehl des Heeres persönlich zu übernehmen. Brauchitsch, der aufgrund von Hitlers eigenmächtigen Eingriffen bereits mehrfach vergeblich um seinen Abschied ersucht haben soll und zudem gesundheitlich angeschlagen war, wurde schließlich am 19. Dezember 1941 offiziell entlassen. Brauchitsch wurde in die Pführerreserve versetzt und hatte bis Kriegsende keine weitere Verwendung. Von 1942 bis 1945 lebte er auf dem Jagdschlösschen Tritrupki auf dem Truppenübungsplatz Kammwald im mittelböhmischen Waldgebirge. Nach Kriegszeit, Brauchitsch wurde bei den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg als Zeuge vernommen und starb inzwischen fast erblindet. Am 18. Oktober 1948 vor der Eröffnung eines Prozesses gegen ihn in Hamburg in britischer Militärhaft an Herzversagen. Auszeichnungen Ritterkreuz des königlichen Hausordens von Hohen Sollern mit Schwertern Eisernes Kreuz II und I. Klasse österreichisches Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration 1915 Friedrichsorden Ritterkreuz I. Klasse mit Schwertern Ehrenritter des Johanniterordens Wehrmachtdienstauszeichnung IV bis I. Klasse Eichenlaubt zur Wehrmachtdienstauszeichnung I. Klasse 10. März 1939 Spanischer Militärverdienstorden IV Klasse Spange zum Eisernen Kreuz II und I. Klasse Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes am 30. September 1939 St. Alexanderorden Großkreuz mit Schwertern Militärorden Michael der Tapfere III bis I. Klasse Großkreuz des Ungarischen Verdienstordens mit Schwertern Großkreuz des Freiheitskreuz am 25. Juni 1942 Orden der aufgehenden Sonne I.